Herzlich Willkommen! Habt ihr Bock auf Night Wars? Hoch die Hände, Wochenende. Bock muss saft. Oh mein Gott. Und deine Spaghetti schmecken scheiße! Aber wo kommt sie wirklich her? Nein, wir dürfen diese Frage nicht stellen! Und ohne einen einzigen Gedanken zu verschwenden, habe ich mich in einer fließenden Bewegung so runtergebeugt und diesen Klumpen in meinen Mund gesteckt. Stand-Up-Comedy ist jetzt mein dritter Versuch, meine Eltern zu enttäuschen. Oh, Madre! No! Ob du mir den Zucker geben kannst? Ah! Ah! Adeus heißt Osman Abi? Nein! Von allen Sechstestlern war ich das Einzige mit nem Schuhbart? Na, seid halt geil! Nein! Nein! Was machst du? Dein Zettel ist da drin. Also, ihr habt einen Stimmzettel. Das Voting zählt 50-50. 50% hier, 50% online. Es fehlt ja noch eine ganz, ganz wichtige, entscheidende Sache hier auf dieser Bühne. Wo ist denn der Heartbeat jetzt? Ach, der ist sehr leise, okay. Geil, seid ihr gut drauf? Auch Dummheit, egal. Ja, genau! Das ganze Konzept nenne ich Freundschaft Minus. Wir sind Freunde mit gewissen Nachteilen. Unnötig angespannt. Entweder wir bauen ne Klimaanlage hinein, oder wir nehmen ein großes fettes Eis und setzen es aufs Dach. Wow! Finale! Das ist ein wirtschaftlicher Totalschaden. Dankeschön, tschüss! Ich steh einfach auf Applaus. Es ist ganz schön kalt, ne? Ja! Ja! 2,07 Meter. Vielen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben eine Entscheidung gewonnen hat. Simon, steh rein! Du Idiot! Junge! Das war ein Witz! Schön, dass du neben mir stehst. Marzi! Fabio Lande! Zuzieht ran! Aber wir hatten auch ne geile Show, oder? Also für den Eintritt, hey! Na? Das war Spaß! Na? Bock auf diesen Lifestyle? Dann bewerbt euch einfach beim Nightwosh Challenge Award und mit ein bisschen Glück werdet ihr bald auf dieser Bühne gefeiert. Ich bin zumal! Dasselbe nicht mal mit euch nicht! Das war's so großartig! Das war's!